Oh! Una cerveza grande! Noch jemand gleich? Ah, kann ich gleich wieder zurückbringen. Oh mein, ja. 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 Aber eins ist für mich. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. Dann kann der ja gleich wieder zurück. Ich glaub jetzt, ich glaub jetzt ist er gleich wirklich fertig. Ich glaub jetzt, ich glaub jetzt ist er gleich wirklich fertig. Was? Wo ist die denn hier? Nein, ich nicht. Nein, ich nicht. Nein, ich nicht. Nadja? Ich glaub jetzt, ich glaub in die Stadt der Stadt des Hauses, die dann hier abgelissen werden, weil er einfach umgebracht. Ein générale, die Stadt des Hauses dann nicht passiert. Wir haben uns gelohnt, der Schuhe von 2.0 in den Tarnhaus. So sei! Kann jemand von den Spreehafen fahren? Der Spreehafen! Wollt ihr den Spreehafen fahren? Spreehafen! Hier! Oder hier! Spreehafen! Spreehafen! Hier mal! Spreehafen! 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 So, wie Sie jetzt merken, wir haben schon wieder einen heimischen Gewässer. Wir haben schon wieder einen zweistündigen Haftrufahr. Wir haben schon wieder fast vorbei. Ich wünsche Ihnen schon mal von hinterher Bescheidung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal eine schöne Waffe. Spreehafen! 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 Aber eine Bitte habe ich noch an Sie. Steigen Sie erst aus, wenn ich sage, Sie dürfen aussteigen. Ja, und ich muss jetzt auch von Ihnen zu reden. Also, ich muss mich auch anlegen, anlegen, vorbereiten, deswegen. Also egal, auf Wiedersehen, ich kann schon gar nicht mehr reden. Vielen Dank! Oh Gott! Okay, ich schmucke in den Christen, wo ich da war, genau. Warn ein bisschen. Warn ein bisschen. Warn ein bisschen. Wir hätten ihn vielleicht versenken zu holen. Zecken, ne? Ja. Und der zwei, der zwei. Und der zwei. Und der zwei. Und der zwei. Und der zwei. Was? Ja, die sollen es nicht sehen, dass ich hier am Boden selber alles bin. Ja, schon. Oh, ne? Ja, ne, das war einer. Ja. 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 Und wenn das jemand kann, ja, 5 Meter stehen hier gleich. Oh, daneben. Okay, wir wollen Boris sehen. Nein, Boris. Nein. Keine Zeit. Nur wenn ich anfeuze. Auf dem Tor. Ja, freitseitige. Okay. Hahahaha. Fertig mit. Ach, ja. Weg, was du morgen los hast? Ja. Alles? Ja. 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 Denk uns zuerst. Ja. Ja, aber ja. 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 Das ist der Fall. Ja. 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 Ich brauche Sie. Komm so, Tossi! Tossi, Mensch! Ich halte es am Anfang genauso. Das kriegt ja irgendwann weg. Ich war schon gespannt. Das war so ein Ding, wo ich denke, ich kann immer alles sofort.